Hallo und guten Abend ihr Lieben. Ich muss mich heute nochmal bei euch melden, weil wir gerade eine Neuigkeit noch bekommen haben. Und zwar bekommen wir am Montag, den 7. August um 20 Uhr, eine Kollektion zurück. Die würde ich euch gerne zeigen, weil die letztes Jahr nämlich schon da war. Und ich habe sie, deswegen kann ich sie euch auch live zeigen. Unsere europäischen Fußball-Lampen. Das ist jetzt die FC Bayern-Lampe, die habe ich da. Ja, es gibt aber noch Chelsea, Liverpool, Barcelona und Arsenal London. Das sind die 5, die es ab Montag 20 Uhr auf sichereduftlampen.de zu kaufen gibt. Das ist nochmal der Karton. Die Lampe zeige ich euch gleich. Ist auch ein, sieht man das FC Bayern-Logo? Ja, ich glaube, so sieht man es ganz gut. Ein Lizenzprodukt direkt von FC Bayern und dazu natürlich das passende Wachs in Rot. Wie soll es auch anders sein? Ich würde euch dazu, weil Duft ist immer schwierig, euch zu erklären, ist auf jeden Fall gut. Ich lese euch eine kurze Duftbeschreibung vor. Ich konnte mir das nicht merken, deswegen muss ich das ablesen. Moment. Eine Alpenwiese mit Zedernholz und Lavendel, gekrönt von strahlenden Citrusnoten. So wird der Duft vom FC Bayern geschrieben. Riecht auf jeden Fall sehr gut, sehr frisch. Und jetzt kommt sie. Achtung. Hier ist das gute Stück. Die steht bei uns normalerweise neben am Fernseher. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Leute haben, die das gut finden und ein paar, die das nicht gut finden. Aber mein Mann ist halt FC Bayern-Fan. Und mir ist an mir. Die Schale ist ein Fußball. Kann man es sehen? Ja, kann man glaube ich sehen. Genau. Und jetzt möchte ich sie euch einmal anschalten, damit ihr sie auch wirklich schön gesehen habt. Macht ein sehr cooles Licht. Sehr schönes Stück. Ab Montag, 7.8. 20 Uhr. Es wird eine Warteschleife geben. Nicht erschrecken. Wenn ihr dann da drin seid, könnt ihr bestellen. Oder ihr bestellt direkt über mich. Das geht natürlich auch. Schreibt mir dazu einfach eine Nachricht. Handynummer steht drin. Steht auch auf dem Kanal. www.sichereduftlammen.de ist die Adresse. Und jetzt lassen wir sie wieder zurückkehren an ihren bekannten Platz. Damit mein Mann mich nicht zu sehr schimpft. Genau. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Das wollte ich euch noch kurz mitgeben in das Wochenende. Ab Montag. Gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.